Hi Leute, willkommen zum ersten Podcast von, besser Podcast, zum Vlog zu Kailas Spielezimmer. Ich bin der Kaila, hallo. Ihr kennt mich vielleicht von meinen anderen Kanälen oder vielleicht früheren, das war einfach ein bisschen, mein früherer Hauptkanal war Mr. Gaming Sound, vielleicht kennt ihr mich ja daher. Und dann hatte ich früher noch ein paar Seitenkanäle, Hirntoch, 4xd8, Hirntoch, 5xd8, bla bla bla. Dann noch ein paar Projekte, die ich als sehr erfolgreich fand, wie Nimmhoch3, wo ich sage, das würde ich erst mal jemand anders machen, aber er hatte nicht, er hatte nicht so das Equipment zum Let's Play machen, also er hatte Non-Commentaries gemacht und er konnte auch nicht die Tag schreiben und da sollte ich das immer machen. Und war auch eigentlich eher ein Flop und deswegen hoffe ich mir jetzt von Kailas Spielezimmer mehr. Was würdet ihr finden auf meinem Kanal? Vlogs, wie jetzt? Erstmal einen Schluck trinken. Und nein, das ist keine Schleichwerbung. Vlogs würdet ihr finden, wie jetzt? Podcasts von mir. Vielleicht auch mit jemand anders, vielleicht auch mit euch. Weiß man nie. Let's Plays, die aber, ich habe bis jetzt noch zwei Spiele im Kopf, aber die eher mehr in den Seitenrahmen einnehmen werden, sind einfach nur da, weil ich immer noch ein bisschen Lust habe, was zu Let's Playen. Und Unboxing. Ihr habt ja schon mein erstes Unboxing gesehen zu FPS, First Person Shooter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht kriegt ihr auch ein bisschen mehr Klicks, es ist derzeit noch unter 10. Aber, hey, ich bin einer, der freut sich schon, wenn, für mich schon das höchste Gefühl hat, wenn 50 Leute, 50 Leute das Video angeguckt haben. Ich gucke nicht immer in die, ich weiß, ich gucke nicht die Kamera, ich gucke gerne seit auf mein Handy. Das sieht so ein bisschen dumm aus. Wollen wir mal einen Schluck? Ach, ich liebe dieses Zeug. Und ja, meine frühen Projekte. Ich habe früher mit sehr vielen komischen Videos angefangen, die auf YouTube genommen wurden, wegen Gewalt, Verherrlichung, weil ich damals noch ein kleines, kleines, kranches Schweinchen war, was YouTube-Videos angeht. Man merkt, meine Haare sitzen überhaupt nicht, obwohl ich sie mit Wachs eingewachst habe. Wahrscheinlich wird es ein bisschen so wenig genommen. Bin ich so gerade der Styler. Man merkt auch mein T-Shirt. Und ja, was werdet ihr erwarten, Unboxing, Vlogs, Podcasts zu Themen, die mich interessieren, die mal länger sein können, mal kürzer, mal volle, mal ganze. Weil ich hatte so vor, erst auf so Komplett Gaming zu setzen mit, dann anfangen Soundtrack mit einem Soundtrack und am Ende ein Soundtrack, so von Videospielen. Da komme ich auch gleich hinzu, weil ich das ja auch auf meinem Mr. Gaming Sound Kanal gemacht habe. Ist auch in der Partnerbeschreibung drin, wie mein Kollege Kev, Kev One, mit denen ich die Kev in Kaila Show mache, ein Podcast aus seinem Kanal, was auch mal eine Idee war. Was ist eigentlich, boah, so 20, 30 Views, das reicht mir schon. Bin ich schon zufrieden. Ah, hier ist so eine Kack-Biene. Verpiss dich, Biene. Weck dich, das ist meine Energy Bank-Biene. Verpiss dich. Kann mir jemand mal die Biene wegnehmen? Das ist mein Energy Drink. Verpiss dich. Oh Leute, wir gehen gerade diese Biene total auf den Sack. Na, ich werde mal weiterlaufen. Jedenfalls, was erwünsche ich mir von meinem Kanal? Eigentlich soll da ein bisschen abwechslungsreich sein, so ein bisschen so mich widerspiegeln. Und ja, das war's ja eigentlich schon. Also mich widerspiegeln meine Meinung. Ich habe ziemlich kontroverse Meinungen, stellenweise zu allem, was es gibt, wo andere sagen. Nee, sehe ich nicht ganz so. Und ja, dann wollte ich ja noch ein bisschen zu meiner Person erzählen. Ich bin der Kaila, wurde im wunderschönen Brandenburg. Was man jetzt gerade als wunderschön bezeichnen kann. Und bin 26, ein bisschen halt für YouTube vielleicht und das, was ich mache, eigentlich den Kram. Ja, ich bin Fan von, ja, von der Zockerei, Videospielen. Mangas, Animes, Kinofilme, auch sehr derme, abstrakte Filme. Da wird bald ein Unboxing kommen, zu seinen sehr abstrakten Filmen. Sehr brutal und Sammler-Edition. Ach, Entschuldigung. Und ja, und Musik. Was hört der Kaila für Musik? Er hört ein bisschen Elektro, ein bisschen Rap, Hip-Hop, Metal, Rock. Und Videospiel-Soundtracks, damals auch Mr. Gaming Zone, den ich heute noch weiterführen werde, aber seit einem Monat, da ich eine Schmori-Lahn habe. Und ja, da hatte ich auch viel hoch. Und dadurch habe ich halt für den Podcast, wie gesagt habe, Soundtracks schon ein sehr großes, optionales Ding, was ich dann hochladen kann an Soundtracks. Ich habe sehr viel, eine meiner Lieblings-Soundtracks sind die von den ersten drei Metaphoner-Teilen. Also Metaphoner. Ich höre irgendwas. Egal, Metaphoner, Metaphon-Undergaunt und Frontline. Das war jetzt erstmal das erste Vlog-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Dingen, die ich sehe, oder irgendwas, wozu ich eine Meinung abgeben soll, egal wie kontrovers das Thema ist, egal wie blöd die Frage ist, ich könnte mich über meine Sexualität fragen, es ist mir scheißegal. Fragt sie mich, postet sie mir. Ich werde das in einem Podcast dann verarbeiten. Oder in einem Vlog. Achso, und ich habe auch vergessen, auf meinem Kanal kommen auch Commentaries, also Themen, die mich gerade interessieren. Werde ich auch vielleicht mal mit einem Vlog machen. Und ja, das war's. Leute, man sieht sich in weiteren Videos. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Könnt auch ein Negativ geben. Wenn ihr euch gefallen hat, ein Commentary, wenn ihr konstruktive Kritik machen sollt, wie zum Beispiel, guckt mal auf das in die Kamera. Das werde ich dann nächstes Mal machen. Und ja, Leute, wieder geschauen, reingehausen aus dem schönen Brandenburg. Ciao.